...seite gepusht Haubein! Ja, das war der, der mich getötet hat. Der Bastard Karnate, Passat Tier ist zu, loote die einen Schnell Ich brauche nen Helm Du hast Bodyarmor, Mimes Wo? Ja, der schießt noch nicht Geh rein da Ja, geht rein da, ihr Penner Puscht ihn Irgendwann, ich brauche Nades, Alter Ich hab Nades Du Penner Ja, wir sind da bei der Ding, ne? Klo auf der anderen Seite Welche Seite? Welche? Äh, ne, da zu dieser Da wo, ja, ich weiß gar nicht Welche Seite sind wir Kraft? Ich weiß nicht, wie man die Seite beschreibt Ja, wir sind da bei dem Exit in der Nähe, wo du aufschließen musst Okay Und die andere Seite ist ja da, wo das Standard Exit ist Bremt ihr hier runter? Nein Ich geh rein Ey, komm auch Hier ist ein Fool hier, tot Hupfli Granate tun War der Wichser Solo? Wer ist das hier? Ich hab zwei Raider bei mir Oh, sehr schön Bei mir sind zwei Raider, die schießen mich nicht an Naja, erst wenn du die anschießt, schießen die zurück Wo ist der Spieler? Da, Schallimpfer, das ist kein Raider gewesen Oh, ich krieg, ich krieg Äh, wir hören Hab einen Raider oder Spieler? Raider Glaube ich Noch einen Ich muss mal kurz reloaden und dann Ah, das wollte ich gar nicht, man Hör auf, dein Scheiß Ich brauch die Max Ich brauch die Max Kraft looted in anderen Spielern Da gehen wir direkt zu Erwin Oh, ich krieg Ihr seid da reingekommen Ja, ich bin tot Boah, Alter, da ist alles voll Ich hab drei Raider gehabt Hast du ihn? Ja Spieler-Skill Ich schau auf der anderen Seite, ne? Jo Aber, scheinbar hat mich ein Raider irgendwie Ich glaub ich aus dem nichts Wunder war, dass er spielt Kraft, komm dir den holen Alter, ist der gut equipped Wer ist der denn? Der hinter der Scheiß-Dingsbums Habe ich gekillt Oh, der ist schon super schön equipped Alter! Lucky Scaff-Dingsbums Raus! Der hat nen Lucky Scaff-Box dabei Wo liegt denn hier der gute? Äh, äh, hier, hier, hier Wo bist du, wo bist du? Hier, da, da hinten Wir müssen raus, Dicke Alter, dieses Licht, ne? Krafthaft! Ich hab nen Lucky Scaff-Box Ja Und ich würde gerne raus Ja, komm, ja Verstehst du das? Ja Lass raus Oh, da liegt einer Gehst du vor? Da liegt einer Toter? Hab ihn Alter, gut schon mal Spieler So ne Hure, ein Spieler Scaff Bastard denn, Gedi Bastard Meist er Nade rein? Oder Nade rein? Nö, ist keiner Ja 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 Dann, äh, ja Junkbox raus Nicht schlecht Ja, warum auch nicht, ne? Kann man ja mal machen, so Alter, was wollte der? Der wollte... Keine Ahnung Alter, das ist einfach geil!